Wir haben grün, pink und gelb. Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir müssen Blaubeeren kaufen. Denn heute kaufen wir Blaubeeren und Obst. Und Erdbeeren und etwas Grünes. Okay, wir nehmen euch mal mit. Let's go. Na Paulina, hast du schon was gefunden? Aber Kiwi kaufen. Kiwi? Und was noch? Erdbeeren und Blaubeeren. Und dann zeigen wir den Kindern, was wir damit machen, oder? Aber wo sind Blaubeeren? Weiß ich nicht. Müssen wir suchen. Denkst du, wir finden welche? Guck dir jetzt mal an, was du für Obst haben willst. Ich sehe schon Kiwis. Zeig mal. Kiwi. Was sind das, grüne Kiwis? Ja, lecker. Das sind gelbe. Die schmecken, die sind lecker. Sind die auch schön weich? Aber wir brauchen grüne. Ja, dann willst du auch Bananen mitnehmen? Erdbeeren. Dann nimm mal die Erdbeeren, Paulina. Wir müssen immer gucken, ob die alle gut sind. Sind die gut? Erdbeeren. Gibt es hier Blaubeeren? Blaubeeren. Aber ich liebe keine Blaubeeren. Du wolltest aber welche. Willst du trotzdem einen versuchen? Okay, aber Himbeeren dürfst du auch nehmen. Sehr schön. Weiter geht's, Paulina. Wir zeigen euch mal, was wir so mitnehmen. Und zeigen euch die Ausbeute zu Hause. Wir müssen noch ein bisschen Obst sammeln hier. Ne, Paulina? Wollen wir auch Mango nehmen? Ja, Mango. Mango, lecker. Mango. Lecky, Mango. Und auch grüne Zwiebel. Der Wagen füllt sich langsam. Weintrauben, willst du auch? Ja. Sehr schön. Sind grün. Und gesund, oder? Ich liebe Weintrauben. Auf jeden Fall gucken wir noch ein bisschen und zeigen euch, was wir damit vorhaben. Denn Paulina hat eine coole Idee gehabt. Liebe Kinder, das ist schon mal die Ausbeute, die wir gemacht haben. Nein. Mirzbeeren, darf ich schon mal noch essen? Ist sie gewaschen? Ne, noch nicht. Machen wir jetzt. Paulina, das sieht aber echt gut aus, oder? Oranschen, Bananen auch. Marlenki möchte gar nicht aufziehen. Kiwi in grün. Kiwi in gelb. Erdbeeren. Marlenki. Mango. Und Himbeeren. Wollen die nicht aufgehen? Böse. Böse sind die. Guck mal. Böse, böse. Liebe Kinder. Und zwar haben wir uns einen Entsafter gekauft. Und zwar einen manuellen. Und zwar von der Firma Lechin. Und wir werden den heute testen. Genau. Das sind sie. Ja? Wollen wir den mal aufmachen? Ja, oder Schere. Dann brauchen wir, glaube ich, eine Schere. Komm, wir machen das. Wir schneiden das nicht. Oh, hast du schon geschafft. Mal gucken, welche Farbe er hat. Pinky. Wow. Pinky, mein allerliebter Pinky. Pinky und Rosa. Cool. Pink und Strom. Eigentlich ist er da drauf. Da waren wir schon mal leid. Genau. Und cool ist, der funktioniert ohne Strom. Also alles manuell. Ist nachhaltig. Können wir ja auch zum Camping mitnehmen. Und zwar haben wir uns schon eine Gedanken gemacht. Wir werden das nämlich in solche Formen gießen. Und wir machen Eis am Stil da drauf. Das war alles Paulinas Idee. Wir zeigen euch das gleich. Und deswegen haben wir das ja alles gekauft. Viel Spaß mit dem Video. Es geht los. Paulina, wie siehst du denn aus? Paulina, was hast du denn da auf dem Kopf? Hallo. Hallo. Das sind die Hände. Und das sind die Ohren. Mama hat alles vorbereitet. Sauber gemacht. Geschritten. Mango? Nee, erstmal fangen wir an mit deinem Zitrus. Zitrus? Richtig. Also mit Orange. Okay. Aber wir müssen für die anderen Obst anders aufbauen. Und dann bauen wir jetzt so auf. Mäuschen. Okay. Alles klar. Jetzt kommen hier die Zitrone. Nicht die Zitrone, die Orange. Jetzt hier rauf. Und guck mal, wie das funktioniert. Bauen wir den Deckel. Und wir brauchen auch keinen Strom. Ja. Und jetzt? Wird gedrückt. Sehr schön. Drehen, drehen, drehen. So. Am besten, liebe Kinder, immer, wenn ihr das mit den Eltern macht. Alleine ist es unmöglich. Schön raus. Jetzt kommt die andere Hälfte. Okay, ganz leicht. Kann ich machen? Du machst die anderen, okay? Schauen wir mal, wie viel Saft haben wir jetzt da drin. Zeig mal. Wow. Wollen wir noch ein bisschen machen? Noch ein bisschen Orange dazu? Noch eine Orange machen wir. Und dann können wir hier was anderes noch dazu machen. Ich mache das. Zusammen machen wir. Schön. Ich denke, der Entsachter ist echt cool und praktisch. Ist die süß? Ja. Wir machen jetzt ein gelbes Eis, ja? Dazu machen wir gleich Mango. Auch gelbes. Mango willst du mitmischen? Jetzt wird es umgebaut, liebe Kinder. Jetzt kommt so ein Netz oder Aufwandbälle da rein. So geht das. Und jetzt schmeißen wir hier Mango rein, okay? Und dann machen wir jetzt hier damit. Jetzt wird gepresst. Wow, schon fertig? Das ging aber flott. Das ging flott. Aber kein Sack. Doch. Wow. Super. Und wo ist Orange? Orange ist auch schon da drin. Okay, noch mehr Mango. Mango. Mangobombe. Mangobombe. So. Noch mehr Mangobombe. Mach noch mehr Mango rein. Noch mehr Mango rein. Cool, aber sowas ist echt praktisch. Auch wenn man Zelten fährt. Auf dem Camping brauchst du keinen Sturm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber richtig klasse. Was ist noch gelb? Wir wollen jetzt ein gelbes Eis machen. Banana rein. Banana. Jetzt kommt die Banana rein. Licky Banana. Quatsch und Quatsch. Die Quatsch und Quatsch. Okay, Banana reicht. Hallo, ich esse Banana. Das reicht, erst mal. Die Banana muss gut reif sein, damit das Eis nachher sehr süß ist. Jetzt haben wir unseren gelben Eis fertig. Wir geben auch noch einen kleinen Löffel Zucker rein, weil das ja ein Eis werden soll. Alles klar. Einmal mischen, Paulina. Einmal mischen, bitte. Wollen wir jetzt schon das erste Eis machen. Das ist das gelbe Eis. Paulina, du darfst abgießen. Aber ganz langsam. Da gibt es extra so einen Trichter. Und dann langsam hier rein. Ganz langsam, Paulina. Ganz, ganz langsam. Stopp. Super. Oh. Der ist ja voll. Der ist ja perfekt. Wow. Hier, jetzt machen wir den Deckel zu. Und Paulina darfst den still reinpacken. Super. Unser erstes Eis ist fertig. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt. Noch ein gelbes Eis. Wir haben ja sechs. Papa will zwei essen. Und Paulina, wie viel willst du? Drei. Drei. Stopp. Super. Noch ein gelbes Eis. Jetzt machen wir ein rotes Eis. Fangen wir an mit den Erdbeeren. Wollen wir die Erdbeeren und die Himbeeren zusammen mischen? Ja. Ja, ne? Die roten Früchte. Jetzt kommen Erdbeeren und Himbeeren. Ja, noch mehr Himbeeren. Noch mehr. Himbeeren abtacken. Lina, schmeiß rein. Oh, sehr gut. Noch mehr. Wow. Das machen die echt klasse. Oh, Edwin machen wir. Geben wir dazu. Ein bisschen Kondis-Milch. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen. Okay. Wow, der Löffel. Mach mal nochmal umrühren, bitte. Wow. Ist das süß? Das schmeckt super lecker, Papa. So. Stopp. Stopp. Das war zu viel. Wow. Gerade so. Gerade so, Mäutchen. Vorina, nicht zu viel. Stäbchen rein. Stäbchen rein. Sehr schön. Und den nächsten rein. Und langsam. Ganz langsam, Vorina. Langsam, langsam. Und wir gucken. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Stopp. Sehr schön. Ihr seid schon gespannt auf die dritte Sorte. Liebe Kinder, jetzt kommt die dritte und letzte Sorte, die wir pressen. Die grüne Sorte. Mh, Weintrauben. Wir wollen vermischen. Ja. Wir haben einmal grüne Kiwis, einmal gelbe Kiwis und einmal Weintrauben. Gott. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so praktisch ist. Noch mehr. Noch mehr rein, Polina. Noch mehr rein. Und liebe Kinder, das ist vollkommen gesund und wird auch total lecker schmecken. Und geht ganz einfach. Mit ein paar Schritten. Jetzt überfüllen wir. Richter, befüllst du? Ganz vorsichtig wieder. Ganz vorsichtig, bitte. Ganz langsam. 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 Stopp. Oh, noch viel. Oh, der sieht aber lecker aus. Der nächste. Hier, bitte. Noch nicht voll. Noch nicht voll? Warte mal. Weil wir bei Kiwis ein paar Stücke haben. Deswegen. Super. Super, jetzt haben wir das Mauschen. Jetzt Eis. Deckel drauf. Jetzt die Stille, bitte. Und schön reinschrecken. Super. Sehr schön. Jetzt haben wir drei Sauschen. Guckt euch das mal an, liebe Kinder. Wir haben grün, pink und gelb. Alles verschiedene Geschmäcker. Grün, pink, gelb. So, und das packen wir jetzt in den Gefrihrfach, Polina. So, wir packen das jetzt in den Gefrihrfach und zeigen euch das Endergebnis später. Hallo, liebe Kinder. Da sind wir schon wieder. Und zwar ist es heute Morgen. Paulina hat so schnell gefrühstückt, weil sie wollte unbedingt das Eis probieren. Ich nehme mir einen pink raus mit dem Deckel. Schaffst du das mit dem Deckel? Ich denke, das ist ein bisschen schwer. Das ist kalt. Oh, du willst den pinken probieren, ja? Mama, mach dir das einmal auf. Wow, aber das sieht echt klasse aus, Paulina, oder? Das sieht so lecker aus. Und fest. Und fest. Da kann man noch schön die Kiwi-Stücke sehen. Die haben wir mit eingefroren. Oh, das wird total lecker. Jeder kriegt zwei, weil wir sind zu dritt. Was geht los? Guck mal. Wow. Probieren. Lecker. Und? Lecker. Gibst du einen Daumen nach oben? So, liebe Kinder, wir lassen uns das jetzt schmecken. Und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, den Hand-Entsafter findet ihr in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal, Paulina. Tschüss. Tschüss. Tschüss.